Die Wände sind bepflastert mit Edelmetall. Auszeichnungen für den Komponisten Dieter Bohlen, der weltweit den Softsound von Modern Talking absetzen konnte. Bohlens Griff nach der kommerziellsten Tastatur hat den Schlager made in Germany exportfähig gemacht. In einem Hamburger Vorort bewohnt Bohlen ein schmuckes Eigenheim. Ja, wie ich es zuerst gehört habe, da klangst du für mich wie ein bisschen aufgepoppte Bee Gees im Frühjahr. Ja, ich meine Bee Gees zum Beispiel sind echt eine meiner Vorbilder, nicht genauso wie zum Beispiel ABBA oder sowas. Und also ich stand schon immer mehr so auf Popmusik, mehr als meinetwegen so auf totale Rockmusik oder sowas. Und unser Ziel ist es ja auch als Modern Talking, die Leute einfach super zu unterhalten. Wir wollen jetzt nicht irgendwie so eine tolle Message oder so darüber kriegen, sondern uns geht es wirklich darum, so absolutes Entertainment und einfach schöne Musik so mit viel Gefühl und so weiter. Musikalisch bleibende Werte hat Bohlen sicher nicht geschaffen, aber es gelang ihm, was vorher keinem gelang, viermal in der deutschen E-Parade hintereinander Nummer eins zu werden. Über 100 Gold, 12 Platin und 30 Silberschallplatten dienen Bohlen als Bandschmuck. Musikalisch Und der gefällt dir diese Teil im Job so zu singen? Ne, eigentlich nicht. Also das ist, weiß ich nicht. Ich meine, also es ist für mich, also ich bin eben lieber kreativ, als meinetwegen jetzt irgendwie das 68.000. Mal Yoma Heart irgendwie in Hongkong zu singen. Weil das nervt dann doch irgendwie. Ich meine, irgendwann hat man da die Nummern auch wirklich überall nicht. Und wir hatten ja mal so eine Zeit, als wir so ganz, ganz viel im Ausland waren, da haben wir mal in Frankreich die Nummer gesungen und in Dänemark die und in Grönland die oder was, das nervt ja irgendwie. Das ist irgendwie, ich bin da so lieber, ich setze mich unten in mein Studio schon hin und schreibe eine neue Nummer. Und ich schreibe eigentlich fast jeden Tag eine neue Nummer. Musikalisch Bolens Kritiker meinen, dass jeder Song dem anderen leicht. Doch solange sich immer wieder Millionen Schallplatten mit Bolens Happy Sound verkaufen lassen, gibt es scheinbar keine Marktsättigung. Musikalisch Also wir machen das eigentlich ein bisschen anders, hier in diesem Studio. Wir fangen immer mit Schlagzeug und nur Gesang an. Wir sind also so 60, 80 Mal immer wieder übereinander gesungen, diese Chöre, die man da hört. Weil sonst diese, gerade unsere hohen Stimmen, die charakteristisch sind für Modern Talking, würden sonst ganz klein klingen. Und das machen wir immer wieder, singen immer wieder. Aber Dieter Bohlen kann noch etwas anderes komponieren. Für den Smoky-Sänger Chris Norman schrieb er diesen eingängigen Ohrwurm. Musik 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 Du bist ein sparsamer Mensch. Ich meine, ist es trotzdem irgendeine Existenzangst? Ja, natürlich, klar. Also jeder, ich meine, ich habe hier jetzt ein ganz kleines, zwar kleines, aber es ist klein, aber mein, ein schönes Haus und eine Familie. Und irgendwie ist man da natürlich stolz. Und ich möchte das also um Himmels Willen nicht mal verlieren. Ich möchte mein Auto und mein Haus und sowas behalten. Und vor allem möchte ich nicht noch mal irgendwie so betteln um Sachen. Das ist einfach furchtbar. Es ist ein furchtbares Gefühl, da auf den Knien zu liegen vor irgendwelchen Schallplattenleuten und so und zu sagen, bitte mach das oder versuch das doch. Und das Problem ist ja auch, wir waren jetzt da sehr groß oder ich war sehr groß als Komponist in ganz Europa. Und ich meine, es gibt bestimmt Leute, die darauf warten, lass die erst mal wieder runtergehen und dann kriegen die richtig gut, also dann zeigen wir es denen mal. Der 32-jährige Komponist, der sich jahrelang nur mit mageren Erfolg begnügen musste, hat die Existenzangst noch nicht abgelegt, obwohl er eigentlich schon ausgesorgt hat, auch für ständig neue Produkte im Happy Sound. Irgendwann muss das ja mal bergab gehen. Und ich meine, da hat ja auch jeder irgendwie ein bisschen Angst vor. Aber ich hoffe, ich meine, dass wir, ich will das jetzt gar nicht mit Nena vergleichen, aber wir haben unser Ding, glaube ich, irgendwie so von der Pike auf gelernt und sind da nicht so reingeschleudert worden wie Nena. Und ich habe ihm unheimlich viele Titel vorher schon komponiert und das irgendwie wie ein Bäcker Brötchen backt, richtig gelernt, komponieren. Und da hofft man natürlich schon irgendwie, dass die Leute auch merken, dass hinter den Nummern doch schon ein bisschen mehr steckt. Bohlen erwähnte den brötchenbackenden Bäcker. Das Bild stimmt, denn er backt Hits wie Brötchen. Hier ist seine Interpretin C.C. Katsch. Peter Bohlen ist der Aufstieg zum Komponisten-Olymp gelungen. Mit einer eingängigen, aber auch vergänglichen Ware.